Hallo, Aik hier. So, das ist jetzt mein dritter Take, mein dritter Versuch mit diesem Video, weil es vorher einfach zu lange war und einmal ich etwas vergessen habe. Jetzt muss ich alles so kurz wie möglich aufzeigen und auch sagen, was ich eigentlich sagen will in diesem kleinen Infovideo. Einerseits der neue Kanal und andererseits über den alten Kanal. Der neue Kanal steht jetzt endlich und er ist verbunden mit einem komplett eigenständigen Account etc. Und ich hoffe, das funktioniert dann in Zukunft. Warum hat es so lange gedauert, wenn man das so will? Es hätte schon letzten Sonntag, also gestern funktionieren sollen mit der Sendung. Das Problem war nur jetzt, der neue Kanal, den ich erstellt habe, wurde innerhalb von zwei Stunden, nachdem ich Videos vom alten Kanal hochgeladen habe, die zwei Serien der islamischen Staat, also die islamische Staatenbildung und Mythologie im Islam habe ich auf dem neuen Kanal hochgeladen, damit das halt kompakter wird und die Serien dort weitergeführt werden können, wurden innerhalb von zwei Stunden, nachdem das erste Video hochgeladen wurde, alle entfernt. Es sind sieben oder acht Videos. Genauer zeige ich es ihnen einmal lang, wie viele das waren. Wurden entfernt und mit der Begründung, ich sage es einfach, wurden entfernt und ich hatte halt Angst um den neuen Kanal, deshalb habe ich das mal einfach hingenommen und gegen einen Einspruch erhoben und der wurde dann am Freitag oder Samstag angenommen und die Videos waren dann wieder verfügbar. Also es hat sehr lange gedauert, wenn man so will, für eine Heuchelei, weil es wurde dann vor allem gesagt, schriftlich, die Videos wurden gesichtet und aufgrund der Sichtung hat man so und so entschieden, dass man die entfernt. Das Problem dabei ist mit diesem, mit dieser Aussage, dass man Videomaterial von etwa elf bis zwölf Stunden nicht sichten kann innerhalb von zwei Stunden. Es funktioniert einfach technisch nicht und ich bezweifle stark, dass Google sieben Mitarbeiter explizit dann einfach dahin stellt und sich eineinhalb Stunden Videos einzeln anschauen und da alle, wirklich alle dann gleich geschaltet sind und sagen, ja das verstößt, jedes einzelne Video verstößt dann gegen die Richtlinie etc. Also ich habe Google einfach gelogen, einfach Copy-Paste mäßig gelogen und ich, das ist ihr Problem, wenn sie lügen und sie müssen jetzt das akzeptieren, weil ich das auch beweisen kann, dass sie lügen. Das zeige ich jetzt im Anhang dann auch, dass sie lügen, müssen sie halt diese Texte anpassen und sagen, ja wir haben einfach alles gelöscht, weil, weil Islamkritik und so vielleicht so, vielleicht kann man das so deklarieren und begründen, wenn man das, wenn man das ein Grund sein soll. Das ist mal so viel mal zum neuen Kanal. Ich werde dann noch den neuen Kanal unten verlinken, in der Videobeschreibung kommt einfach dahin und unterstützt uns. Also wenn ihr mehr Meinungen wollt, dann müsst ihr leider Gottes sozusagen auch ein bisschen, ein bisschen aktiv werden. Das heißt, abonnieren, Daumen hoch und vielleicht auch Google direkt anschreiben, immer mit der Feedback-Funktion, dass ihr das nicht akzeptieren könnt. Ich kann, ich hoffe, ich kann noch den Link vom alten Video auf dem alten Kanal auch preisgeben, damit ihr quasi den Link dann angelegt und einen Screenshot macht. Ihr müsst keine Zusatz-Software haben, das könnt ihr alles über YouTube machen. Einfach die Feedback-Funktion benutzen und euch dagegen aussprechen, dass ihr diese, diese Zensur, das ist eine Zensur von Google aus, nicht akzeptiert. Und da kommen wir jetzt so zum alten Kanal. Der ist kastriert, da lässt sich nichts mehr holen, nichts mehr machen. Der ist jetzt auf 15 Minuten limitiert, darum versuche ich jetzt so viele Informationen wie möglich schnell durchzuboxen. Und ich kann keine Live-Sessions mehr öffnen, also der ist praktisch nur für so kurze Clips nützlich und ich werde ihn auch für kurze Clips benutzen. Wobei ich jetzt halt wirklich auf eine gewisse Paranoia gekommen bin, dass mir der Kanal einfach komplett geschlossen wird, weil ich wäre nicht die erste Person, ich kenne die Geschichten von Stop Spamming und ich habe ihn mit ihm auch schon privat mehr Details ausgetauscht, was da dahinter lief etc. Ich weiß, wie heikel das ist und ich kann das einfach nicht akzeptieren, was Google macht, aber ich muss es irgendwo durch akzeptieren, weil das hier ihr Hausrecht ist, sie machen dürfen, was sie wollen. Und da liegt für mich das Problem. Sie wurden groß gemacht, also YouTube wurde groß gemacht, nicht nur durch den Kauf von Google, also beziehungsweise durch Google, sondern mit der Meinungsfreiheit. Also lange Zeit hat man das laufen lassen. Es ging eigentlich gut, bis letztes Jahr hat meiner Meinung nach das richtig losgelegt, weil halt letztes Jahr hauptsächlich auch diese Flüchtlingsgeschichten aufkamen und Google da irgendwie eine Linie zieht und quasi alles, was mit Islam zu tun hat, das ist diese Kritik, das ist irgendwie völkerrechtswidrig und rassistisch, bla bla bla. Google scheint hier die gleiche Linie zu fahren wie Facebook mit der Meldefunktion bei Facebook, dass da sobald genug Meldungen kommen und es gibt Organisationen aus islamistischen Organisationen, die melden einfach genug kritische Seiten und ganze Communities und die verschwinden dann einfach. Ganze kritische Communities über den Islam, nicht über Menschen, sondern über den Islam verschwinden. So wie kleine atheistische Gruppierungen, wenn man so will, arabische Gruppierungen, die werden von Facebook, ihre letzte freie Bastion mehr oder weniger, wird quasi auch noch zerstört von Facebook selber. Also einfach peinlich. Und was ich auch noch gestern gesehen habe, in Holland, also dem Land in Europa, neben der Schweiz, kann ich so sagen, die größte Meinungsfreiheit hat meine Meinung nach, dass selbst in Holland jetzt so eine Porniertheit stattfindet, von Seiten der Behörden aus, da ist auf einer Pegida-Demo, zwei Personen hatten eine Mütze auf, die ein Schweinchen darstellt. Also nicht anatomisch sehr korrekt, aber man hat sehr gut erkannt, dass es ein Schweinchen ist und die Polizei wollte zwei Personen dann verhaften. Die eine Person, die Frau, hatte dann quasi sich gebückt und gesagt, ja, ich unterwerfe mich dem Islam ganz und gänzlich und hat die Mütze abgezogen und heruntergenommen. Und die andere Person, ein Mann, hat das nicht gemacht und wurde verhaftet. Also so weit sind wir schon und das hat jetzt nichts mehr mit Rassenhass oder so zu tun, wenn man eine Mütze auf hat mit einem Schweinchen drauf, sondern das ist einfach nur noch peinlich, dass die Polizei dann diese Person in Gewahrsam nimmt. So nennt die Polizei das, wenn sie eine Person verhaftet. Und die kommt dann, ich hoffe, es gibt dann keine Anklage. Nee, besser andersrum. Ich hoffe, es gibt eine Anklage und man zeigt der Polizei, wie dämlich sie hier agiert. Warum der alte Kanal jetzt kastriert ist? Es gab ein Video und zwar das Video über Mohamed, das Spiel, Spiel, Computerspiel Mohamed Sex Simulator oder Mohamed Simulator. Ich weiss jetzt den Titel gerade nicht auswendig. Ich habe das gezeigt und auch im Video deklariert, dass es peinlich ist, so ein Videospiel, dass man nichts wirklich ernst nehmen soll und, und, und. Und das wurde heruntergenommen und mit der Begründung pornografischer Inhalt. Computer generierte Figuren, die ich explizit noch entschärft habe im Genitalbereich, bei Computer generierten Figuren einfach nicht so gibt, wurde entschärft von mir und trotzdem die Begründung pornografischer Inhalt, Verstöße gegen Community-Richtlinien und nicht nur einfach der Verstoß wurde so von Google deklariert, sondern das Video entfernt und meinen Kanal damit kastriert. Warum das heuchlerisch, zeige ich jetzt im Anhang. Ich muss das Video so kurz wie möglich halten. Bis nachher. Gut, dann legen wir gleich los hier. Gehen wir auf YouTube. Zack. Und geben zwei Wörter ein. Und zwar Brasilien Waxing. Und suchen. Nun, jetzt sieht man gleich hier ein paar nackte Weiber und auch einen nackten Kerl. Vielleicht auch nur einen zweiten irgendwo. So auf die Schnelle gerade nicht, aber man sieht hier beide Geschlechter. Ihr seht auch hier oben rechts, ich bin nicht eingeloggt. Das ist ein ziemlich frischer Browser. Der Internet Explorer wird praktisch nie von mir verwendet. Aber für solche Dinge ist er genau optimal, um quasi das Ganze als externer Betrachter in eine Webseite anzuschauen. Und eben, man sieht ja hier Frauen rumliegen. Einige dehnen hier ihren Anus und ihre Muschi. Die anderen liegen nur ganz gemütlich da oder kehren sich auch später herum und und und. Und auch Nahaufnahmen von der Muschi und hier die gleiche nochmals und ein Penis. Und hier wird zensiert, aber das ist natürlich keine Zensur von YouTube, sondern von dem Videoersteller. Und hier sieht man auch wieder eine Nahaufnahme. Hier wird noch ein bisschen ordentlich herumhantiert bei dieser Muschi. Also man hat hier also ziemlich alles. Warum es heuchlerisch ist, was YouTube macht, ist ganz einfach zu erklären. Hier, das was ich jetzt sehe, das sieht jeder, der einfach einen Browser benutzt ohne Google Account. Und wenn er diese zwei Wörter benutzt oder es genügt auch nur Waxing, kriegt man schon sowas, bekommt man Bilder ganz unzensiert von nackten Frauen, wie sie sich denen an Geschlechtsteilen preisgeben etc. Ohne wissenschaftlichen Inhalt, ohne künstlerischen Inhalt, ohne satirischen Inhalt, ohne komödiantischen Inhalt. Sondern hier geht es wirklich nur darum, die Muschi, den Anus oder den Schwanz haarfrei zu bekommen. Und das ist der einzige Zweck von solchen Videos. Die meisten Videos sind vermutlich schon, wenn man sie komplett sehen will, dann mit einer Altersbeschränkung belegt. Aber selbst das finde ich heuchlerisch, weil mein Video wird heruntergenommen von Figuren, die nicht real sind, die in den Genitalbereichen entschärft sind komplett. Also man sieht nichts, was einem Schwanz ähnlich sehen würde. Aber solche Videos werden auf YouTube erlaubt. Und warum natürlich hier einige Videos erlaubt werden, könnte ja damit zu tun haben, dass hier 13 Millionen, fast 14 Millionen Aufrufe schon stattgefunden haben. Und man kann in der Regel drei Ziffern wegnehmen von hinten und dann hier 13.960, also fast 14.000 Euro hat YouTube allein an diesem Video garantiert verdient. Sie selber und der Videoersteller genau gleich viel. Also das teilt sich ziemlich 50.50. Und natürlich will YouTube sich das nicht entgehen lassen. Diese fast 14.000 Euro oder Dollar, weiß ich genau, nicht genau. Runden wir es ab auf 13.000 Euro, sind das auf 14.000 US-Dollar. Die wollen sich das natürlich nicht entgehen lassen. Dann machen sich die Google Managers das gemütlich. Und ja, ist zwar ein bisschen Nacktheit gezeigt, aber ist ja nicht so schlimm. Wir verdienen ja dran. Also belegen wir einfach mit einer Altersbeschränkung und gut ist das Ganze. Aber mein Account kriegt ein gesperrtes Video und ein Flag, eine Kastration der feinsten Art. Danke YouTube für deine Heuchelei. Jetzt zur zweiten Heuchelei und zum explizit gelogenen von YouTube über den neuen Kanal. Schauen wir uns noch drei Screenshots an, aus E-Mails und vom neuen Kanal aufgenommen. Das erste E-Mail kam Sonntag, den 14.02.2016 um 23.53 Uhr mit der Bestätigung, dass drei Videos hochgeladen wurden. Innerhalb von 30 Minuten waren alle drei hochgeladen. Das zweite E-Mail, Montag, 15.02.2016 um 0.38 Uhr, also nicht mal 50 Minuten danach, bestätigt mir, dass es anhand von einem gepflegten Video, von einem gemeldeten Video der Inhalt unangemessen sei. Man hätte es gesichtet und anhand von der Community-Richtlinie müsste man das entfernen. Mythologie und Islam, ganz ein schlimmes Video, wenn man über Islam und Mythologie redet. Das Video ist über eineinhalb Stunden lang, also die Sichtung konnte nicht wirklich erfolgen in der Zeit, die hier angegeben wurde. Ja, was soll ich mir sagen? Und um zwei Uhr dann war der Kanal komplett so. Super Sache, YouTube. Leg mich am Arsch.